So, mein Rundchen Savanna 2 Euro Täh, war noch wenigstens voll Kinkerlitzchen Ja weiter, komm Und Nummer 12 schon wieder Mager Und hier einmal Genies Wonderlamp 4 Euro Einsatz Oh, es schiebt eine Lampe hin Keine Lampe, Alter Frechheit So, schauen wir mal hier rein, was der bringt Ach, Wahnsinn Ein bisschen was anstellen jetzt Ah, jetzt sieht schon voll leer aus Bringt auch nicht viel Junge, Junge, Junge Und das aber schon mal im letzten Und da ist der Runde 47,60 Euro Junge, Junge Oh, 95 Daraus Und hier haben wir eine Runde Dragon Eye 2 Euro Einsatz Los geht's Für 1.40 So los, noch etwas vernünftiges Tier. Lass es in die Lumpen. Das waren sie schon wieder. Schade, schade. So, wir gucken mal hier in Röntgen rein. Extrawin. 5 Euro. Gucken wir mal ob er was macht. Jetzt so ein schönes Vogel, das wird ja. Komm schon, pack was raus. Okay, jetzt klar. Los, euch nicht vernünftige Hände. Sack du. So schnell sind 175 Kröten weg. Verbrecher. Ja, nur groß ohne mehr. Versenkt. Und wir schauen mal hier drinnen rein. Extrawalt. Mal gucken ob wir einen schönen Tresor bekommen können. Mal gucken. Oh es komm mal so eine Luke hier. Boah, gibt es doch nicht. Kriegen wir den noch im geöffneten Zustand? Kriegen wir den noch im geöffneten Zustand. Kann doch noch nicht alle zulassen. Ist der da doof? Dann muss er langsam was machen, sonst ist Feierabend. Das war ziemlich knapp. Tja, sind wir da wo wir angefangen haben? Gut, einmal wechseln. Schau mal, ob ein Kiepchen jebcie. So, es kommt schon, pack ihn rein. Na nun los, zieh dich nicht so. Weg. Ey, du los, wie kannst du die runterfressen hier? Hast du den Dätsch im Kopf? Junge, Junge, Junge. Auch nicht. Dann mag er wohl nicht wirklich. Keine Kappe, ich weiß es nicht. Haben sie die etwa vergessen? Da hast du durchgeflitzt. Einmal nix da, so hätte es aussehen müssen. Mann, Mann, Mann. Hier haben wir mal Freispiele, The Plunder Pack. So, wir nehmen mal hier den roten. Okay, erstmal nix. Fünfer ist schon mal gut. Dann bringen wir schon mal in Führung. Ei, 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 ei. Gleich start. Oh. Da geben wir die Führung wieder ab. Schade. Los, hol auf. Ach, kann da wohl nicht wahr sein. Boah, nee, ey. So kriegen wir nie alle drei, ja. Mann, so ein Lump. Ja, die zwei Euro, die muss uns noch geben. Schade, schade. Da bleiben es nur 23. So hätten wir alles gehabt. Schade. Schauen wir mal hier, ob wir die zum Fliegen bekommen. Golden Rocket. 2 Euro, los geht's. Was. Wo ist das? Ich denke ich. Ja. los, eh mal, kannst du unseren packen ach man, macht die voll auf der ersten rechten. Kein Glück mehr bei dem Spiel. Früher hat es mal öfter geknallt hier. Tja, wenigstens mal so tun können als ob. Nix-rakeete Schade, schade. Tja, gibt es da ja auch nicht. Irgendwann kriegen wir die schon noch. Schauen wir mal, ob wir ein paar Flaschen bekommen. Ein Kümmerling. Da packt er aber da keinen drin. Das war ja auch nicht nett. Klump. Schauen wir mal hier noch ein bisschen rein. Treasurer Hunt. Schade. 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 Eine Null Nummer. Ich fass es ja nicht. multivall 2 euro los gehts spiel wo selten was bei rumkommt da klingelt da 64 falsche wahl die 7 knallhart nach unten ein chypfal anstehen jetzt was ich das auch immer wieder an mache ist jedes mal dieselbe verarsche hier kann da wohl nicht wahr sein funzt nicht so spielwechsel und hier haben wir mal zehn freispiele leocan ein bisschen mehr da aber ruhig heben ja weiter weiter ach schade da verließen sie ihn schon wieder ja 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 ja